So, ich muss jetzt hier irgendwie rein. Ohne, dass die mich bemerkten. Hm. Ich glaube... Kann ich hier hoch? Nein. Hier kann ich auch nicht hoch. Warte mal. Wie kann ich... Okay. Gut. Gut, gut, gut. Warte. Schalt den Verein Lampe aus. So, haben wir ne... Uh. Na? Na? Ja, kriege ich den da vorne? Kann ich Licht da ausschießen? Nein. Schade. So. Die sind, glaube ich, gerade etwas pisst. Hm. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Können die hier hoch? CP, das ist Delta-1. Wir haben hier ein Körper. Bez auf den Weg zu den Intrudern. Over. CP, das ist Zubo-10. Finish checking the area. We couldn't find anybody. Heading back. Over. CP, unassult. Helvet, we're out. Ach. Snake, du hast noch immer das Problem, dass du jetzt läufst. Ne? Okay. Gut. Dann, ähm. Scheiße. Gut. Hier, dich habe ich schon mal. Kann man hier hoch? Oh, cool. So, also ich muss, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Ich bin da. Ich muss nach Zielbewegungsbereich und da muss ich dann zur Landezone. Okay, gut. Ich glaube, das kriege ich hin. So, na, gibt es hier noch jemanden? Kann ich das Ding abschießen? Ja, man. So. Sonst noch irgendjemand hier? So rein zufällig. Ne. Zumindest keinen, den ich auf... Doch, da hinten. Ah. Ja. Okay. Gut. Ähm. Gar nicht geil. Ich habe aber auch... Mist, hier. Gar keine Deckung, ne? Oh, shit. Hat da mich jemand gesehen? Ähm. Hallo. Bleib bloß unten. So. Wir sind jetzt da. Wir müssen noch weiter. Das Ding habe ich weggemacht. Ähm. Ja. Kann ich das Ding auch wegmachen? Cool. Gut. Dann mache ich das da hinten auch direkt weg. Na? Ich fürchte... Ich fürchte... Also das Ding spiele ich jetzt nochmal mit Controller durch, aber ich fürchte, ich sollte das Ding lieber mit Maus und Tastatur spielen. Denn, äh... Ich glaube, so wie ich das gerade spiele, ist das nicht... So, das wahre. So, wo sind wir? Wir sind fast an der Abholstelle. Gut. Ähm. 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 Oh. Ich habe jetzt... Scheiße. Hey, ich habe jetzt keinen Schalldämpfer mehr. Ähm. CP, das ist Zulu 4. Wir haben unidentifiziertes Fett. Location unknown. Over. Das ist CP. Entstanden. All die Kursse immediately und eliminieren, wie necessär. Out. Okay. Scheiße. das ist jetzt schlecht das ist ganz schlecht nein ich bleibe jetzt lieber glaube ich schon zp this is zulu four we've arrived on the scene checking the area cp understood check your surroundings out cp this is delta nine we got a body here be on the lookout for intruders over this is cp understood all fire teams check your surroundings boss out the intruder out ok ok ja cp this is zulu four finished our sweep there's nobody here heading back over cp understood return to your post a tap out ok oh up come ok 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 sonst noch irgendwo jemand da haben wir noch ein Klar, ich glaube. Von hier oben. Nee. Da haben wir noch ein paar. Da haben wir noch irgendwo jemanden. Also wir haben da einen. Und da einen. Haben wir noch irgendwo Leute außerhalb? Wieso? Boah, ich möchte laufen. Wieso haben die mich gesehen? Das ist doch jetzt... Aua! Von wo? Oh, scheiße. Ich werde es nicht hinbekommen. Ja. Scheiße. Mann, wie sagt er mich gesehen? Am Kontrollpunkt fortsetzen. Komm. Ja. Ja. Ich weiß ja, wo ich die Typen da finde. Das ist die alte Prison Area. Die Tarkete sind da. So. Einmal. Zack. Und hier ist auch einer drin. Wo ist der gerade? Hm? Na? Sehe ich dich irgendwo? Nein. Scheiße. Gut, dann laufe ich einfach mal. Hey, Boss. We've been in touch with Amanda. We had her listen to Chico's call for help. She agrees with us. She said, I know my brother and I know when he's lying. She also had a message for you. I'm ready for the worst. Sounded a little too cheerful to make. Okay.